Für mich war es wichtig, dass ich in der Gastronomie bleiben kann und dass ich auch den Kontakt mit Mitarbeitenden habe und im administrativen Bereich tätig sein kann. Ich schätze es sehr und es freut mich, dass Mitarbeitende bei Anliegen oder Fragen auf mich zukommen und die Vielfalt an meinem Beruf ist sehr spannend. Dank der Hotelfachschule Thun konnte ich ein breites und fundiertes Fachwissen aufbauen und es ist eine gute Plattform für das Netzwerk zu erweitern und aufbauen. Während der Hotelfachschule würde ich Zeit nutzen, zum Lernen Prioritäten setzen. Es ist später in der Arbeitswelt sehr, sehr wichtig. Die Gastronomie ist eine sehr harte Branche, da ist es wichtig, dass man organisiert durchs Leben gehen kann und auch, dass man die Work-Life-Balance nicht vergisst.